Wer sind die wahren Extremisten? Am 19. März 2018 fand in Hamburg eine der wöchentlichen Demonstrationen unter dem Motto Merkel muss weg statt. Diese finden seit Anfang Februar regelmäßig montags statt, voraussichtlich noch bis Ende Mai. Die Initiatoren dieser Kundgebungen sind sehr besorgt über die Politik von Frau Merkel, insbesondere über ihre Euro- und Flüchtlingspolitik. Zu diesen Montagsdemos finden sich auch jeweils einige hundert Gegendemonstranten ein, die vor allem der linken und linksextremistischen Szene angehören. Diese protestieren lautstark gegen die durchweg friedlichen Kundgebungen. Am Abend des 19. März nun attackierten zwei Unbekannte aus dem Umfeld der Gegendemonstranten einen Teilnehmer der Demonstration. Laut Polizeiangaben schlugen und traten sie nach Ende der Veranstaltung in einem nahen U-Bahnhof auf den Kopf des 37-Jährigen ein und verletzten ihn dabei so schwer, dass er bewusstlos in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Einer der Redner auf der Demo am 19. März war der ehemalige Spiegel-Redakteur Matthias Matusek. Er war empört über die Berichterstattung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Diese behauptete unter Berufung auf den Verfassungsschutz, die Initiatoren der Demo stammten teilweise aus der rechtsextremistischen Szene. Matusek hält dagegen, er habe auf der Demo unter den friedlichen bürgerlichen Demonstranten keinen einzigen Rechtsextremisten angetroffen. Für ihn seien daher mittlerweile die Warnungen des Verfassungsschutzes Teil einer gezielten Staatspropaganda. Bei besagter Demo handelte es sich um ca. 200 durchweg friedliche Demonstranten, welche vor einer Horde von einigen hundert hochaggressiven Gegendemonstranten durch die Polizei geschützt werden mussten. Die Staatsorgane beschäftigen sich also mit friedlichen sogenannten rechtsextremen Demonstranten, während die wirklich gefährlichen, gewalttätigen Linksextremisten der Antifa unbehelligt davon kommen. Wären gewalttätige Übergriffe von Linksextremen, die selbst den Tod des Opfers in Kauf nehmen, nicht schon schlimm genug, werden diese auch noch von zum Teil höchsten deutschen Politikern der etablierten Parteien gut geheißen. Und das schon seit Jahren. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Ralf Stegner, verkündete am 8. Mai 2016 auf Twitter, Fakt bleibt, man muss Positionen und Personal der Rechtspopulisten attackieren, weil sie gestrig, intolerant, rechtsaußen und gefährlich sind. Ebenso äußerte sich die Vizepräsidentin der hamburgischen Bürgerschaft, Christiane Schneider von der Linken. Sie lobte die Gewalttätigen gegen Demonstrationen von Linksextremen mit den Worten Vielen Dank mal an die Antifa, die Montag für Montag gegen die rechten Merkel-muss-Weck-Kundgebungen demonstriert. Ohne euch wär's öde. In unseren Sendungen Antifa von Medien und Parteien gefördert und instrumentalisiert und gewalttätige Antifa und die Politik schaut zu, zeigten wir auf, wie die linksextremistische Antifa mit öffentlichen Mitteln unterstützt und als ausführendes Organ der Politik gegen kritische Stimmen instrumentalisiert wird. In unserer Zeit wird von Seiten der Politik und Leitmedien viel von Toleranz und Meinungsfreiheit gesprochen und sogar Hassreden werden per Gesetz aufgespürt. Dies ist vom Grundsatz her sicherlich sehr gut. Aber höchst alarmierend ist es, wenn diese Gesetze dazu missbraucht werden, tatsächliche Extremisten zu decken. Was die Ausschreitungen linksautonomer Gewalttäter wie beim G20-Gipfel 2017 mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen betrifft, stellt Polizeigewerkschaftssprecher Rainer Wendt besorgt fest, dass diese krassen Eskalationen in der medialen Berichterstattung häufig verniedlicht oder verharmlost werden. Doch gelte, so Rainer Wendt wörtlich, Wer an der Planung und Vorbereitung von Gewalt gegen Einsatzkräfte der Polizei und das Eigentum von Menschen beteiligt ist, darf nicht länger als Aktivist, Autonomer oder gar Demonstrant bezeichnet werden. Das sind kriminelle Handlungen und diejenigen, die sie begehen, sind kriminelle. Wie bei Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr nicht zwischen linksgerichteten oder rechtsgerichteten Rasern unterschieden wird, so muss doch auch Gewalt neutral beurteilt werden, oder? Störungen von Veranstaltungen und Demonstrationen durch die Antifa gehören inzwischen zur Tagesordnung. Stellvertretend am Beispiel Antifa München ist zu sehen, wer die Antifa finanziert und wie sie gelenkt wird. Nahezu die gesamte Infrastruktur der Linksextrem-Szene wird durch die Stadt München gestellt, wie zum Beispiel die Kulturzentren, eine Welthaus, das für 3,7 Millionen Euro saniert wurde und das Café Marat. Letzteres beherbergt unter anderem die gewaltbereite Antifa NT, welche linksextremen Antifaschismus vertritt, die durch den Verfassungsschutz beobachtet wird und mehrfach an gewaltsamen Ausschreitungen beteiligt war. Aber auch Vereine wie die Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München e.V. haben hier Unterschlupf gefunden, welche über die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus mit 80.000 Euro im Jahr gefördert wird. Auf seiner Webseite werden rechte Aktivitäten unter anderem der AfD aufgelistet und so die Antifa-Leute direkt zu den Veranstaltungen hingelenkt, um diese entgegen jedem geltenden Recht zu stören. Trotzdem wird dieses Café Marat durch die SPD-regierte Stadt München mit 40.000 Euro im Jahr gefördert. Aus welchem Interesse decken nun gewisse Parteien und Medien ausgerechnet die Antifas? Durch instrumentalisierte Gruppen wie die Antifa kann der politische Gegner eingeschüchtert und so die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt werden. Dies ließe sich in einem wahrhaftigen demokratischen Rechtsstaat mit legitimen Mitteln niemals bewerkstelligen. Sehr empfehlenswert ist hierzu unsere Sendung Antifa gefördert und instrumentalisiert von Medien und Parteien vom 26. September 2016, in der sie weitere Informationen zu diesem Thema erhalten. Vor kurzem erlebten wir in Deutschland, wie sich Politik und Medien gegenseitig in heftiger Kritik an Anhängern von Pegida übertrafen. Kritikpunkt war deren angebliche Ausländerfeindlichkeit, nur weil sie friedlich gegen die Islamisierung des Abendlandes demonstrierten. Dagegen lassen uns Antifa-Anhänger ungehemmt auf Bannern wissen, dass Deutsche keine Menschen sind. Auf ihrer Internetseite riefen sie gar zur Zwangsvergewaltigung deutscher Frauen auf. Und als im Juni 2013 aufgrund schwerer Überschwemmungen bereits Teile Deutschlands unter Wasser standen, forderten sie die Sprengung bestimmter Dämme, um das deutsche Volk leiden zu sehen. Ganz einerlei nun, ob solche Aussagen provokativ oder ernsthaft zu verstehen sind, wie kann es sein, dass sich weite Teile der Medien, Politik und Justiz mit der Antifa solidarisieren oder sie zumindest dulden? Würden Deutsche es wagen, Angehörige anderer Nationen auf solche Weise zu beleidigen, liefen sämtliche Medien amok. Keine Art von Rassismus darf in unserem Land geduldet werden. Wie kann es dann sein, dass rassistische Anfeindungen gegen das eigene Volk weder vom Staat noch von der Justiz geahndet werden? Am 6. September 2016 titelte die US-amerikanische Online-Zeitung The Huffington Post wie folgt Rechtsextreme attackieren Demonstranten bei AfD-Wahlparty, der Alternative für Deutschland in München. Andere deutsche Medien wie Die Welt, Die Süddeutsche Zeitung und der Merkur schlugen in dieselbe Kerbe. Es war zu lesen, dass der rechtsextreme Chris A., ein Teilnehmer der AfD-Party grundlos vorbeiziehende friedliche Demonstranten und sogar freie Journalisten angegriffen habe. Belegt wurde dies mit einem Foto, auf dem Chris A. nach einem Journalisten tritt. Diese Darstellung der Ereignisse kann einer genaueren Prüfung nicht wirklich standhalten. Was auf dem Foto nämlich nicht zu sehen war, sind die angeblich friedlichen Demonstranten und vorangegangene Provokationen durch die freien Journalisten. Gut mit Filmmaterial belegbar kamen ca. 30 Vollvermummte mit Bannern der Antifa, Stöcken und Fahnenstielen laut skandierend und höchst aggressiv auf die AfD-Party zu. Sie griffen einen einzelnen jungen Mann an und provozierten die Party-Teilnehmer. Ein sogenannter freier Journalist beteiligte sich durch Vorhalten von Reizgas und durch Tritte. Genau in dem Moment, als Chris A. sich aus Not zur Wehr setzte, wurden von weiteren Journalisten Fotos geschossen. Gut frisiert dienten diese Bilder diversen Medien wieder einmal dazu, Stimmung gegen politisch Andersdenkende zu machen, die Missstände im Land ansprechen. In diesem Fall gegen die AfD. Angebotene Gegendarstellungen von Chris A. lehnten die Medien ab. Störungen von Veranstaltungen und Demonstrationen durch die Antifa sind inzwischen an der Tagesordnung. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Demonstrationen, die von den Medien als rechts gebranntmarkt werden, ohne dabei näher auf die eigentlichen Anliegen der Demonstranten einzugehen. Gewaltbereit und zerstörerisch geht die Antifa gegen politische Gegner und deren Eigentum vor. Dabei landen immer mehr Parteien, Bürgerbewegungen und Personen in der Rechtsextremismus-Schublade. Stellvertretend am Beispiel Antifa München setzen wir uns im Folgenden genauer mit dieser Szene auseinander. Die Antifa-Szene in München verfügt dank der finanziellen Unterstützung der Stadt über eine sehr gute Infrastruktur. Sie wird direkt und indirekt durch Vereine und künstlich geschaffene, seriös klingende Stellen mit Steuergeldern gefördert. Christian Jung, Betreiber des unabhängigen Internetportals Metropolico, berichtete, dass nahezu die gesamte Infrastruktur der linksextremen Szene durch die Stadt München gestellt wird. Wie zum Beispiel die Kulturzentren Eine-Welt-Haus, das für 3,7 Millionen Euro saniert wurde, und das Café Marat. Letzteres beherbergt unter anderem die gewaltbereite Antifa-NT, die durch den Verfassungsschutz beobachtet wird und mehrfach an gewaltsamen Ausschreitungen beteiligt war. Der Verfassungsschutz schreibt über diese, Die Gruppe Antifa-NT vertritt einen autonomen Antifaschismus, der darauf abzielt, die bestehende Gesellschaftsordnung durch eine klassenlose Gesellschaft zu ersetzen. Antifa-NT nutzt die Räumlichkeiten des Café Marat, das Teil eines selbstverwalteten Kulturzentrums ist. Das Café Marat dient Linksextremisten, insbesondere Autonomen, als Treffpunkt, logistisches Zentrum und Informationsbörse. Trotzdem wird dieses Café Marat durch die SPD-regierte Stadt München mit 40.000 Euro im Jahr gefördert. Begründung, die Nutzung erfolge auch durch andere nicht-extremistische Vereine. Um die indirekte Finanzierung und Förderung der Antifa durch die Stadt München zu vertuschen, werden Vereine in den Fokus gerückt, deren Namen den Anschein erwecken, sie würden einem guten Zweck dienen. Dies ist zum Beispiel die antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München e.V. Diese wird indirekt über die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus mit 80.000 Euro im Jahr gefördert, wobei beide personell identisch sind. Auf seiner Webseite listet der linksextreme Verein unter Rechteaktivitäten Veranstaltungen unter anderem der AfD auf. Somit werden die Antifa-Leute direkt zu den Veranstaltungen hingelenkt, um diese entgegen jedem geltenden Recht und Demokratieverständnis zu stören und gezielt Tumulte auszulösen. Die Fach- und Informationsstelle Rechtsextremismus München, FIRM, erhält 2016 ca. 109.000 Euro, wobei der Verwendungszweck nicht immer offenkundig ersichtlich ist. Soweit zu München. Auf Bundesebene dürfte es genau gleich laufen. Indirekte Finanzierung und Lenkung der Antifa über Nichtregierungsorganisationen, die vordergründig den Anschein erwecken, sich gegen Rechtsextremismus einzusetzen. Es fällt auf, dass die Antifa bundesweit erstaunlich gut ausgestattet und organisiert ist und in großem Stil agiert. Einen Hinweis für eine Förderung der Antifa in großem Stil gibt die Welt online vom 16.01.2016. Die Welt titelt dort Die SPD will Geld für Kampf gegen Rechts auf 100 Millionen Euro verdoppeln. Aus welchem Interesse heraus unterstützen und decken nun gewisse Parteien und Medien ausgerechnet die Antifa? Durch instrumentalisierte Truppen wie der Antifa lässt sich erledigen, was in einem demokratischen Rechtsstaat mit ihren Staatsorganen wie der Polizei nicht erlaubt ist, nämlich die Einschüchterung politischer Gegner, die Behinderung der Versammlungsfreiheit und freien ungestörten Meinungsäußerungen, das Schüren von Spaltung und Unruhen im Land. Eskaliert die Gewalt weiter, wird dies auch ganz praktisch zu Einschränkungen oder Abschaffung der Versammlungsfreiheit führen und somit zur Unterdrückung von Andersdenkenden, die sich gegen politische und gesellschaftliche Missstände zur Wehr setzen. Bevölkerungsgruppen im Land werden gegeneinander ausgespielt, was bei zunehmender Eskalation mit ziemlicher Sicherheit eine Rechtfertigung für eine starke militärische Präsenz und Diktatur nach sich ziehen wird. Beobachten Sie diese Zusammenhänge und bringen Sie diese unter das Volk, indem Sie Sendungen wie diese weiter verbreiten. Nur so wird dieser von Medien und Politik geschürten Hassspirale ein Ende gesetzt werden können. Die Gesellschaftsordnung fußt letzten Endes auf dem Glauben, dass der große Bruder allmächtig und die Partei unfehlbar ist. Aber da in Wirklichkeit der große Bruder nicht allmächtig und die Partei nicht unfehlbar ist, müssen die Tatsachen unermüdlich von einem Augenblick zum anderen entsprechend zurechtgebogen werden. Das Schlagwort hierfür lautet schwarz-weiß. Wie so viele Neusprachworte hat dieses Wort zweieinander widersprechende Bedeutungen. Einem Gegner gegenüber angewandt, bedeutet es die Gewohnheit, im Widerspruch zu den offenkundigen Tatsachen unverschämt zu behaupten, schwarz sei weiß. Einem Parteimitglied gegenüber angewandt, bedeutet es eine redliche Bereitschaft zu sagen, schwarz sei weiß, wenn es die Parteidisziplin erfordert. Aber es bedeutet auch die Fähigkeit zu glauben, dass schwarz gleich weiß ist und darüber hinaus zu wissen, dass schwarz weiß ist und zu vergessen, dass man jeweils das Gegenteil geglaubt hat. Das verlangt eine ständige Änderung der Vergangenheit, die durch das Denkverfahren ermöglicht wird, das in Wirklichkeit alles Übrige einschließt und in der Neusprache als zwiedenkend bekannt ist. Die Änderung der Vergangenheit ist aus zwei Gründen notwendig, deren eine untergeordnet und sozusagen vorbeugend ist. George Orwell 1984 1984 AUD重要 おっ – – Bis zum nächsten Mal.